Da muss ich noch sagen... Ja, den Logistik brauch' ich noch... Och, nöööööölr... Ok, den... Und Silbernuggets, ok... Den muss ich noch suchen ... Um alles loschen was ich nicht brauch aus dem Inventar. много ... 수 Science die kiste nehmen wir natürlich wieder mit ich bin einmal klicken jetzt ein mannequin in der nähe kill einfach ich habe nicht herauskommen normalerweise tauchen die fiecher häufiger auf aber irgendwie ja ich weiß gar nicht was sie für nutzen angreifen mehr nicht jetzt ist er glaube ich weg bist du holzkopf bist du holzkopf du es ist er weg keine ahnung wo ist obwohl doch ich kann ja eigentlich so herstellen sogar lavereimer und wasser immer ja aber es muss abbauen lavereimer wasser immer ein inventar das geht auch das geht auch das mittlerweile das geht schon länger geht schon richtig lange ich habe doch leider gerückt ich finde die neuen auf der schnelle alles wichtig der goldene der fehlt glaube ich dann noch wenn es vorerst eigentlich die wichtigsten spinnen schnuch schneller den blaubeer saft sei eine blaubeere und gib mir kraft die haben das rezept geändert lava zählt brauchst du jetzt und wasser zählt dafür ok oder alchemie champus z oder ich mach blaze lamps und mach die dann um diese blume und dann kann ich die obsidian auch abbauen blaze lamps musst du blaze war zwei machen also habe ich gerade keine obsidian also egal ja scheiß drauf sagt einfach verbraucht das ganze material was wir so hart erkämpft haben naja ich mach hol mir keinen ob sie denn gerade besser drauf ist noch so ein typ was ist das denn für wow was seid ihr denn für Ficker alter verpisst euch doch ich will mich boxen alter du wolltest mich boxen du hast angefangen mit boxen verpisst dich doch boah das sind chickens ich fühlte sie hier ganz schön von das sind chickens da gewesen gänz chickens die auf der karte so komisch aussahen mal meine kleinen villager ich hab noch nichts ist drauf gefunden nice da reinfüllen nur bitte danke boah das ist okay das ist schon ein bisschen größer da ruf ich einen für nur Arsch und los ja komm füll ich da mit rein von Eck zu Eck du emeralds gegen schleimball verpisst dich ich will eigentlich ihn runter ja meine die bringt ihm mehr energie als die anderen dinge oder was zu haben ich glaube so langsam finden wir nicht mehr so schnell einen oh da bin ich auch da gefallen da ist ein enderman ja schon mal zwei gefunden besser als gar keinen ich sag's dass keiner hier da sind durch irgendwie weiß ich nicht durch multi durch server einstellungen oder so ja oh thermalily er wird dreimal 3 selektor nicht ist an mir ambit 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 arm ok ich sag nichts ich weiß nicht wie spät es ist das ist super wohl ich gerade geschaut habe geschaut habe die denn 48 mana das ist gut und was bringt denn die gut hier kleiner die beziehungsweise weniger die kostet desto weniger bringt ihr und kein hydrongenerator und hydron geassum und geass ich will mich jetzt verhaschen möglich wir denken die namen aus können nicht einfach pflanze sagen blaue blume rote blume gelbe blume reich doch war schweine 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 da will ich nicht danke pflanzen könnte ich hier ich habe massenweise botanikapflanzen auf dem weg gefunden aber ich kann ich nicht mehr nehmen ja irgendwie komme ich auch nicht so schnell nach hause wie wurde irgendwie das port der port geklaut ich fliege erstmal in ruhe weiter vielleicht finde ich noch ein ding ist das eine luftblase oder was die trugias mana ach jetzt doch dann wieder auf wirklich so ein boot hier wieder hinsitzen und wieder gas geben und schlürfen sie hunger leistet in jange zeit wird ein bisschen komisch ich noch super ja auch blau bergjus blau bergjus blau bergjus moment regnet 1,5 ok jetzt natürlich nicht das meiste ich glaube so war das ja aber was kosten die nichts oder was die sind billiger ja ja siehst du je billiger desto weniger bringen die hier vorne habe ich ports ach das sind die hollen koordinaten das sind die koordinaten von meinem tod witzig dauert natürlich weil hier noch eine druckias ist das ist jetzt nicht so ganz geil und das war jetzt auch nicht ganz geil ja gut wie lange 30 minuten war es jetzt einmal eine stunde ungefähr schon wieder eine stunde vor und da sind alle ports weg ach ja das ist interessant ich kann eine kurze kleine zwischenpause machen das ist wie so kennst du diese hinweise bitte verlassen sie nach einer stunde das spielgerät und naja dann nochmal weiter jetzt leck gut leute dann mache ich die ganz kurzen cut und wir sehen uns gleich wieder da schließe ich mich bei centus an bis gleich tschau tschau tschau